Musik 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 die schlimmste strafe deportation ausweisung das geht hier in einer nacht am gleichen tag sitzen sie flieger so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So und die Achterbahn, ja die ist noch im Bau, die ist noch nicht fertig, die hier rechts, die ist neu und gleich beim Start geht es hoch. Auf der anderen Seite ist die Schnellachterbahn, die ist übrigens die schnellste Welt momentan, 260 kmh erreicht die und von 0 auf 160 in Beschleunigung ist 3,6 Sekunden. Von 0 auf 160, 3,6 Sekunden mit allen Passagieren zusammen und das Formula 1 Feeling soll man haben, also wie ein Formula 1 Wagen, das Gefühl soll man dabei bekommen. Ja, das ist ein Wasserpark, ein Wasserrutschen und so weiter, auch schön eingerichtet, ja. Wie gesagt, vieles wird von Familie, also Sport, Spiele und so weiter, so eine Welt ist hier aufgebaut. Wie gesagt, vieles wird von Familie, also wie ein Wasserparker, auch ein Wasserparker, auch ein Wasserparker, auch ein Wasserparker und so weiter, auch ein Wasserparker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020